Kai, ich möchte gerne nachträglich herausfinden, bei einem Teams-Meeting, wer daran teilgenommen hat und wie lange die jeweiligen Teilnehmer dabei waren. Also wann wer gekommen ist, wann wer gegangen ist. Wie geht denn sowas? Wir hatten vorhin ein Meeting mit Markus und wenn Markus uns in seinem Teams mal dieses Meeting zeigt, zeige ich, wie wir das Ganze nachvollziehen können. So, wir hatten heute um 11.00 Uhr das Meeting und wenn Markus das mit einem Doppelklick öffnet, gibt es oben in der Leiste oder bei den Registerkarten einen neuen Eintrag, der heißt Anwesenheit. Wenn man da draufklickt, öffnet sich ein Protokoll, wer ist in das Meeting reingekommen, wer hat es gestartet und so weiter. Das heißt, hier sieht man, hier waren vier Personen anwesend, wir haben um 10.55 Uhr gestartet, die letzten sind um 11.44 Uhr raus und wir haben noch jemanden extern mit dazu genommen. Die Person ist um 11.07 Uhr dazugekommen und man sieht ganz genau, wer war Organizer, wer war Präsenter und so weiter. Wenn ich nochmal die Registerkarte wechseln und jetzt auf die Registerkarte Details gehe, habe ich dort die Möglichkeit, diese Anwesenheitsliste auch als CSV-Datei runterzuladen. Es gibt ein neues Icon dort, draufklicken wird als CSV-Datei runtergeladen und somit hat man das Ganze nochmal in digitaler Form.